Ha ha ha, der Wahnsinn Wow, mach das nie wieder! Erzieh dich! Lauf, Boris! Lauf, Boris! Was für ein Prothesen gab es? Er ist so schnell laufen! Ja, der ist ja schneller als das Auto! Halt stehen, du Mann! Lauf, Boris! Lauf! Lauf, Boris! Lauf! Fahr! Dennis! Dennis! Was ist das? Ich weiß es nicht. Los, geh mal nachgucken. Wieso ich? Was ist mit dir? Okay, zusammen. Okay, das ist die beste. Keine Sorge, ich bin direkt hinter dir. Was ist das? Was ist das? Was kommt von der Schrinne? Ganz langsam. Oh, hier ist es dunkel. Was ist das? Ich seh nichts. Warte, siehst du es nicht? Warte, mach mal das Licht an. Was ist das? Sieht aus wie ein Mensch! Los, berühr's! Pass auf! Berühr's! 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 Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Aber was ist das? Er gehört hier nicht rein. Jep! Von ihm aus finden sie wahrscheinlich schon selber wieder nach Hause. Schönen Tag noch. Ist das Greenboro, Alabama? Ja, also... Dann man sieht sich. Endlich ist der komische Kerl weg. Wo kam der überhaupt her? Ich weiß nicht. Meine Mama hat immer gesagt, Gastfreundschaft sagt viel über einen Menschen aus. Woher er kommt, wohin er geht, wie ich ihn töten kann. Ich glaub, wir haben ihn abgehängt. Das war ja was, gell? Puh, ja. Das ist mir bisher noch nie passiert. Sowas komisches. Ja... Immerhin, es hat aufgehört zu regnen. Hey, dieses Gewitter vorbei. Es war schon heftig gewesen. Ja, heftiger Regen, Alter. Aber wie kam der bei uns ins Haus? Ich weiß nicht. Ich versteh's nicht. Der war auf einmal da. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Pralinen-Schachte. Man weiß nie, was man bekommt. Dankeschön. Das darf ich ja gar nicht essen, Entschuldigung. Ich krieg davon immer so ein Brennen. Wir müssen uns trennen. Ich geh da lang, und du gehst da lang. Okay? Man sieht sich. Okay, viel Glück. Janay! Ich hab mir nichts. Janay, ich hab dir so viel zu erzählen, Janay. Etwas hat mich angesprungen und gebissen. Ey, Volkan! Bist du okay? Was ist los? Sag mal, Till, eine Frage hätte ich noch an dich. Ja, Volkan. Woher hast du verdammt nochmal die Waffe? Internet. Na ja, Volkan. Verheb ich noch. Aja. Maatens. Untertitelung des ZDF, 2020